Ooh... Uah! Oah, uah. Vorsicht, 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 Vorsicht! Uäh, hab ich mich erschrocken. Alter. Ohah, fuck. Oh, 선택 mal das Rohr hoch hier. Warm'da eins. Alter. Okay, ich denke mal, das Rohr bringt es nicht mehr. Müssen wir hier weiter hoch? Ich hätte es mal schon. Na komm. Machen wir zuerst eine Pause bei den Kletterhaken. Und zwar hier. Und hoch. Ich hoffe mal, dass... Da könnten wir rechts. Nein, 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 nein. Fuck it, fuck it, fuck it, ey. Dann sind wir halt wieder hier. Na, auch egal. Halt dich fest! So, runter hier. Mal gucken, wo das hinführt. Und? Ich sehe jetzt keinen Sinn dabei. Äh, wir können nicht mal hoch. Wir können nicht mal hoch. Das Spiel macht mich fertig. Alter. Gut. Das Rohr bricht ab. Da rutschen wir runter. Müssen wir irgendwo hinru... Warte mal. Müssen wir da irgendwo hinrutschen? Nee. Ich schätze nicht. Mist, Mist, Mist. Okay. Gehen wir nochmal hier runter. Und... Ja. 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 Kein Plan. Ja, ich gehe nochmal hoch. Ja. 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 Weiß nicht, sterben kann man ja eh nicht. Weil wir runterrutschen auf den Fahrstuhl. Dann gehen wir nochmal das Rohr hier lang. Ich mache auch nur eine Stunde Aufnahme, weil gleich ein Livestream kommt mit Kronk und... Wo führt das hin? Kronk, Sarazar und Commander Krieger. Die schreiben ja schon Rutschen. Na, dann rutschen wir halt mal. Ja. Ich habe es gesehen. Okay. Wir kommen wieder zurück. Ich habe es gesehen. Gut. Ihr müsst nicht rumnehmen, sowas wie... Huh, Lupus. Du bist ja viel zu blinkend. Setz mal deine Brille auf. Nein. Ich habe gesehen, wo ich hin muss. Also, lasst mich ja in Ruhe. Ich kann die aushalten. So. Ab. Und rüber. So, und jetzt noch mal fallen lassen. Aber diesmal mit ein bisschen mehr Stil. Ab geht's. Festhalten, festhalten. Das war wirklich knapp. Scheiße. Geh ja hoch. Du machst mich fertig, Junge. Du machst mich so fertig. Gott. Spring. Du musst springen. Nicht? Warte, erstmal wieder ausruhen. Wir können aber auch da hoch. Leute, ich muss jetzt was tun, wofür ihr mich richtig doll hassen werdet. Aber ich muss es tun. So, das will ich eigentlich selber gar nicht. Aber ich muss es. Ich will das überhaupt schaffen. Das wird zu eng. Das wird zu eng, Leute. Das wird zu eng. Okay. Moment, falscher Weg. Nochmal aufladen. Und rüber. Jetzt kommen wir schon noch auf die andere Seite. Wäre schlauer gewesen, dort die Pause zu machen. Äh. Ah. Okay. Können wir da vielleicht rein? Ducken? Nee. Oben können wir auch nicht lang. Wo müssen wir lang? Da rutsche ich nicht runter. Das wäre Selbstmord. Okay. Wir sind jetzt hier. Wo müssen wir hin? Shit. Shit. Ich würde ja denken, da durch. Komm. Komm. Shit. Oder doch hoch? Vielleicht müssen wir doch dort hoch. Versuchen wir es mal. Runter. Nochmal hier hin. Und hoch. Jetzt hopp. Links. Hopp. Das wird eng. Das wird eng. Wir müssen uns das links holen. Wo müssen wir denn überhaupt dann lang? Spring. Shit. So, Leute. Und jetzt das, wofür ihr mich noch hassen werdet. Wir müssen das aufheben, was da ist. Wir gehen zuerst mal den falschen Weg. So, jetzt. Runter. festhalten. Kletterhaken. Okay. Dann mal runter. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Festhalten. Festhalten. Gott, du bringst mich ins Grab. So, jetzt schnell zum Kletterhaken. Gut. So, hopp. Hoch. Oben könnten wir nochmal ausruhen mit den Kletterhaken. Gut, jetzt springen nach links. Links. Ja. Und ausruhen. Und hoch. Ob das Rohr so sicher ist. Wo jetzt? Kommt man da rein? Nein. Shit. Da unten. Das ist Selbstmord. Das ist Selbstmord. Hundertprozentig. Ach, du Scheiße. Da viel Spaß. Gott. Nee, Leute. Augen zu und durch, ne? Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Halten. Da halten. Nein, 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 nein. Und jetzt? Was? Oben oder unten? Komm, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Aufstehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Und dann glatten wir mal ein bisschen mehr lang. Unten ist nichts. Da oben ist die Kiste. Das ist hier ein ziemliches Labyrinth mit den Rohren. Einen Kletterhaken haben wir noch. Gut. Weiter geht's. Hier hoch und dann... Oh, leck mich. Oh, schneller, 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 schneller. Ob... Ob das Rohr auch hält? Bitte halte, bitte halte, bitte halte, bitte halte. Komm, du schaffst das. Die Kiste ist schon mal da. Rechts oder link... Oh, haha. Bitte lass... Bitte lass was drin sein. Ein Wurfhaken? Halleluja! Kommen wir uns da runterjumpen? Ja, lieber nicht. Jetzt... Und jetzt? Schwinge... Was? Okay. Muss ich jetzt bis ganz rund? Oh Gott. Hm. Ehrlich. Okay.